Ja, was geht? Ist jetzt noch jemand mit dabei? Du kennst mich. Ich habe über Instagram gespielt. Wer ist denn jetzt der Nächste? Hast du jemanden eingeladen, oder? Nee. Wir spielen Among Us. Dann verlässt du jetzt die Voice, wenn du nicht mitspielst. Das ist verwirrend. Wir haben doch mal über Instagram geschrieben. Ja, ich nehme jetzt hier gerade auf. Das ist jetzt gerade... Wir spielen hier gerade... Du musst doch das Spiel starten, ne? Du musst jetzt ins Spiel kommen, sonst musst du den Voice-Chat verlassen. Ich habe das Spiel, glaube ich, nicht. Für Euro auf Team, also... Jetzt muss man dich wegschicken. Jetzt ist hier... Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir... So. Lars ist nicht der Poster. Ist vielleicht gefährlich. Okay. Okay. MRG-Meeting. Ich war die ganze Zeit bei dir. Excuse me. Aufsache, sie... Ach so. Ähm... Skip-Vote. Du musst jetzt skippen. Ich weiß nichts. Ich habe nichts gesehen. Nee, wenn er auch so ankommt... Das hat wahrscheinlich... Einfach auch... Aufsache haben alle geskippt. No was enacted. Es war nur ein MNG-Meeting. War ein Imposter. Jetzt vielleicht nochmal, ne? Enemy Call machen. Ich glaube wir schweigen einfach. Einfach schweigen. Dann müssen wir uns nicht muten. Einfach fair spielen. Oh Gott. Wie ging der hier nochmal? Ach so. Das war der Schrott. Was mache ich denn jetzt hier? Ah. Okay. Ich muss hier Sachen sortieren. Dateien von A nach B. Ach nee. Es gibt ja so ein paar Räume hier, die wir eigentlich gar nicht haben. Ich hab' mal gesehen. Ich hab' mal gesehen. Nö, das war's nicht. Wo ist der Poster? Dade Body! Ach, Wer hat... Wer war Schulz? Ich hab' wieder keinen gesehen. Oh, der, der... Der, der Pink ist gestorben... Ähm... Ja, der Bron hat schon wieder gekorlt. verdächtig und im Z gelöft ich hab gesangt, ich zieh nichts, aber trotzdem hab ich jetzt hier gewartet die Brun ist verdächtig einfach alles gemächt ich möchte auch nur meine Aufgaben hier fertig machen, ich brauch noch nur zwei ich sollte nicht zu nah an Brun dran stehen aber wirst du merken wenn du stirbst crazy mad left the game Brun ist sehr verdächtig ich hieß auch noch Impostor ich hab mir den Namen Impostor gegeben und war Impostor in der ersten Runde hier ist noch ein Task ok was muss ich hier machen first to start ich mach gerade eine Aufgabe was auch immer ich krieg's ja nicht hin ich bin zu blöd dafür jetzt muss ich noch ganz sicher jetzt muss ich noch ganz sicher die aufgaben die krieg ich ja nicht hin ich weiß nicht wie elektrik aha ok schwarze schön war auch nicht der Impostor sonst wäre ich längst tot ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen ich hab's gesehen ja gut er hat sogar selbst gekocht weil du dabei warst ich bin jetzt wahrscheinlich verdächtig schwarz war's schwarz war's jetzt werde ich rausgeworfen ja gut so viel dazu ich hab ihn gesehen ich hab gesehen wie er es war jetzt bin ich schuldig jetzt wirklich sehr sehr schuldig ich hab eine Leiche gesehen dann war es mir anders dann war es mir anders dann war es mir anders ich schwör doch ich hab's gesehen oh mein Gott ich mach gerade meinen Task ich mach gerade meinen Task ich bin nicht schuld ja ich schreck nochmal schwarz ich weiß ich weiß einmal für grün wurden nach jetzt bin ich raus ich bin nicht der imposter das ist weiß und schwarz mit sicherheit ist es selber auf einmal ist man auf einmal ist man schuldig jetzt bin ich geist so finden wir den poster ach ich kann auch die tasse machen ich bin jetzt schon fertig ich weiß hier ist noch eine task ich fange jetzt an meine aufgaben zu erledigen jetzt ist es dunkel aber ich kann gar nicht wie komme ich hier verdammt ok oh nein was siehst du das ist das schalter rätsel wo man alle aktivieren muss was sieht dein elbenauge hm weder eine hätte mich gerade easy töten können ach du bist noch nicht tot du lebst noch ich bin ja rumgeistern total task ich muss hier noch ein paar tasks erfüllen als mein verdammt zu slow ich muss hier die admin aufgabe machen aha ok eine aufgabe habe ich noch irgendwo eine sache habe ich noch zu tun ist die hier aber ich kann die gerade nicht machen ach doch ist hier das complete ok immer noch nicht alle erfüllt dead body reported cool ja ja ich habe aber wieder nichts gesehen ich bin die ganze zeit nur rumgelaufen sonst könnte ich dir helfen ich war ja auch der überzeugen dass das ist der schwarze das war ein schwarzes tumult der kann es nicht gewesen sein hm wow Hauptsache ich habe zwei stimme aufgekommen nur ein imposter ich folge dir mal ich bin hinter dir siehst du mich eigentlich siehst du mich nicht oder wenn sie geist siehst du mich nicht ich bin bei dir ich bin bei dir ich glaube die ganzen umgegangen rum deswegen also ich habe keinen plan ich habe meine aufgaben fertig victorier wer war denn jetzt der imposter keine ahnung auf wie wir haben alle die aufgaben geschafft hm schade ist doch noch eine runde jetzt wird das mal schwarz denn vor